lasst uns über drucker sprechen vierter dezember wunderschönen guten morgen das hier ist ein hp laserjet und dann folgt irgendeine abstruse nummer aus der keiner was lesen kann und die total verwirrend ist und die man hoffentlich nur über einen direkt link wieder findet egal das hier ist ein schwarz weiß laser und er druckt über airprint das waren die beiden einzigen voraussetzungen die ich an einen drucker gestellt habe als ich vor zwei drei monaten schwach wurde und einen drucker gekauft habe weil irgendeine blöde flugbestätigung ausgedruckt werden musste und meine mitmenschen ist nicht mehr aus hielten dass ich seit jahren keinen drucker im haus habe und darauf eigentlich stolz war deswegen das hier ist ein gerät für leute mit wenig druckbedarf zumindest wenn man vom preis ausgeht weil ich habe kein günstigeres gerät gefunden mit airprint funktionalität und die muss es schon haben weil das vom rechner sei zu kompliziert und soll es muss vom ios ausgehen und es muss leicht sein und auch wenn das im video jetzt ein bisschen schneller zusammengeschnitten ist als in wirklichkeit druckt es druckt danke fürs zuschauen bis morgen